Herzlich willkommen, Marina Happ, Ökonomin vom WIC und wir freuen uns auf den Vortrag. Vielen Dank Anja für die kurze Einführung und die Vorstellung meiner Person. Ich darf Ihnen heute unsere Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt offene Verwaltungsdaten in Europa einmal vorstellen. Doch bevor ich dies tue, möchte ich auch kurz unser Unternehmen vorstellen, damit Sie einmal den Hintergrund auch zur Studie haben und das besser einschätzen können. Ich arbeite für das WIC. Das WIC ist ein unabhängiges Think Tank, das seit über 40 Jahren unabhängige Forschung und Beratung in den Bereichen Telekommunikation, Digitalisierung, Datenökonomie machen unter anderem. Und wir sind in Trägerschaft des Bundes, vertreten durch das Bundeswirtschaftsministerium und wir haben ein jährliches Forschungsprogramm vereinbart mit der Bundesnetzagentur, in denen wir aktuellen Fragestellungen nachgehen können. Und in dem letzten Jahr haben wir uns eben mit den offenen Verwaltungsdaten in Deutschland beschäftigt und da geschaut, welche Länder sind denn in der Öffnung von Verwaltungsdaten weiter als wir und was können wir von diesen Ländern lernen. Sie finden hier unten auch einmal den QR-Code, der führt direkt auf die Studie. Scannen Sie den gerne mal ein, dann haben Sie auch die vollständigen Ergebnisse unseres Forschungsprojekts. Aber im Folgenden werde ich auch einige Ergebnisse daraus vorstellen. Einmal zum Hintergrund. Wir sehen, dass in Deutschland das Open Data angebaut in den letzten Jahren weiter ausgebaut wurde, aber wir können das Potenzial noch nicht genug heben. Gleichzeitig sehen wir andere Länder, die deutlich weiter vorangeschritten sind als wir und wir haben mal geschaut, was können wir von denen denn uns abschauen. Wir haben uns einmal die Rolle der Open Data Stakeholder angeschaut, hinsichtlich der Bereitstellung offener Daten und dabei haben wir insbesondere vier Länder ins Visier genommen, nämlich Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien. Und darauf basierend haben wir dann Schlussfolgerungen gezogen für die Förderung offener Verwaltungsdaten. Wie sind wir konkret vorgegangen? Wir haben zunächst einmal aktuelle Fachliteratur ausgewertet. Wir haben 100 Open Data Stakeholder in den eben gesagten vier Ländern identifiziert und analysiert und wir haben Open Data Portale der Länder Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien untersucht. Und ergänzt wurde das Ganze mit 13 Expertengesprächen mit Open Data Stakeholdern aus Europa. Hier sehen Sie einmal den Stand offener Verwaltungsdaten in Europa. Das ist eine der aktuellsten Studien zum Open Data Reifegrad der Länder von der Europäischen Kommission. Wird jährlich veröffentlicht und da sehen Sie, Frankreich steht hier ganz oben an der Spitze, hat also den besten Open Data Reifegrad, gefolgt von Polen und der Ukraine. Auf Platz 12 finden Sie dann Dänemark. Und ja, Deutschland findet sich hier auf Platz 17 von insgesamt 35 befragten Ländern, also hier im Mittelfeld. Das haben wir zum Anlass genommen, eben Deutschland mit Dänemark, Frankreich und Großbritannien zu vergleichen. Wir haben uns da zunächst einmal die politische und das rechtliche Rahmenwerk angeschaut. Das ist natürlich sehr umfassend und würde hier den Rahmen sprengen. Daher möchte ich hier nur wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausstellen. In Deutschland ist es so, wir haben das föderale System und dadurch ist die Open Data Ausprägung auf den unterschiedlichen föderalen Ebenen auch unterschiedlich ausgestaltet. Um hier mal nur ein Gesetz zu nennen, ist das Datennutzungsgesetz, das eben die Nutzung öffentlich finanzierter Daten auf Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen regelt und dabei vorsieht, dass Daten grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollen. Aber es gibt auch Ausnahmeregelungen und von denen machen Behörden Gebrauch. Ihr könnt einen Antrag stellen bei der Bundesnetzagentur, wenn sie weiter Gebühren erheben wollen für ihre Daten und die Liste ist hier auch einmal hinterlegt und finden sie im Folieinsatz. Genauso macht das Dänemark. Auch Dänemark führt eine solche Liste und auch Dänemark hat so eine Ausnahmeregelung und auch dort haben sich Behörden auf diese Liste setzen lassen, um eben weiter Gebühren für ihre Daten erheben zu können. In Frankreich haben wir hingegen ein zentrales Gesetz, das sieht Open by Default vor und schließt hier auch die Kommunen bzw. die lokalen Behörden mit ein. Also es gelten hier auch Verpflichtungen für lokale Behörden mit mehr als 3.500 Einwohnenden. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Hier sprechen wir für Kommunen lediglich Empfehlungen aus, aber wir haben eben keine Verpflichtungen. Und was ich hier auch betonen möchte, die politische Ebene unterstützt das Thema offene Daten ganz zentral. Der Premierminister in Frankreich hat sich für offene Daten ausgesprochen. Gleiches war in Großbritannien in seinen Anfängen. Auch dort hat sich der Premierminister Cameron für Open Data ausgesprochen. Es wurde ein Open Data White Paper veröffentlicht und damit konnte sich Großbritannien als einer der Open Data Pioniere etablieren. Inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt. Das Cabinet Office ist zwar für die Förderung der Datenbereitstellung verantwortlich und zuständig, aber wenn man mal auf ihre politische Agenda schaut, dann sieht man da das Thema offene Daten nicht mehr. In einem nächsten Schritt haben wir uns dann angeschaut, welche Open Data Akteure befinden sich denn in den vier Ländern Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien. Und dabei ist aufgefallen, dass wir in Deutschland insbesondere viele zivilgesellschaftliche Organisationen, Stiftungen und Vereine haben. Die Foskes ist eine davon, die eben das Thema offene Verwaltungsdaten voranbringen. In Dänemark haben wir insbesondere Regierungsinitiativen, die das Thema vorantreiben und dabei sowohl die Angebotsseite in den Blick nehmen, als auch die Nachfrageseite. Also nicht nur Daten per se bereitstellen, sondern ganz aktiv auch hier mit der Community in den Austausch treten, um eben zu erfragen, was sind denn die Bedarfe, welche Datensätze sollen wir denn tatsächlich offen bereitstellen. In Frankreich haben wir sowohl Bottom-up- als auch Top-down-Initiativen. Das heißt, sowohl von der Regierung als auch von den Kommunen gibt es Initiativen zur Förderung offener Verwaltungsdaten. Wir haben ja auch starke Unternehmen, die das Thema Open Data fördern und das auch inzwischen länderübergreifend. Großbritannien hat insbesondere einige Forschungseinrichtungen und auch dort sieht man eine Reihe an Start-ups, die ihre Geschäftsmodelle auf offenen Daten entwickelt haben und sich auch bereits internationalisieren konnten. Nun den Blick auf die Open Data Portale der vier Länder. GovData hatten wir schon gestern angesprochen, auch heute wieder. Ich glaube, das kann ich kurz halten. Es ist das Metadatenportal mit öffentlichen Daten von Bund, Ländern und Kommunen. Seit Januar 2023 ist die FITGO, also die föderale IT-Kooperation, für das Portal verantwortlich. Und zuvor war das hier in Hamburg verortet. Da war die Senatskanzlei Hamburg zuständig. Und erfreulicherweise seit September 2023 sind nun auch alle 16 Bundesländer an das Datenportal angeschlossen. Im nächsten Schritt haben wir uns dann angeschaut, naja, was sind denn eigentlich für Daten auf dem Portal veröffentlicht. Und da sehen wir 30 Prozent, insbesondere Tabellenformate, gefolgt von Text- und Bildformaten mit 19 Prozent jeweils. Und die Textformate, das sind hauptsächlich proprietäre PDF-Formate. Also nicht maschinenlesbare Formate und damit auch nur schwer nachnutzbar für Entwicklerinnen und Entwickler. Und wir sehen viele Web-Map-Services, also Darstellungsdienste, die Kartendaten als Bilddaten darstellen und damit keinen direkten Datenverschnitt mit weiteren Datensätzen ermöglichen. Also auch hier nur schwer nachnutzbar für Entwicklerinnen und Entwickler. Zum Datenportal in Dänemark. Dänemark ist eines der letzten EU-Mitgliedstaaten, die ein nationales Open-Data-Portal eingeführt haben. Auch hier handelt es sich um ein Metadatenportal, das verlinkt auf die dezentral gehaltenen Datensätze. In Dänemark gibt es allein 25 Fachportale, die eben da verlinkt sind. Und Zielgruppe dieses Portals sind eben Geschäfts- und IT-Entwickler. Und das sehen wir auch ganz zentral, wenn wir uns mal das Open-Data-Portal anschauen. Das ist jetzt ein Beispiel. Sie sehen hier ganz zentral, Herausgeber ist benannt. Sie finden da ganz konkrete Kontaktadresse und Sie finden auch die Aktualisierungsfrequenz, die insbesondere für Entwicklerinnen und Entwickler auch von Relevanz ist. Zum Open-Data-Portal in Frankreich. Das gibt es schon deutlich länger, nämlich schon seit 2011. Und da finden Sie Daten. Sie finden auch Informationen rund um das Thema, offene Daten. Daten und Sie finden auch eine Reihe an Interaktionsmöglichkeiten. Man kann hier schon fast von einer Art Kollaborationsplattform sprechen, denn unter jedem Datensatz kann man sich hier austauschen, man kann Fragen stellen, man kann antworten und das wird ganz rege genutzt in Frankreich. Zudem finden sich eine Reihe an hilfreichen Tools, die sowohl die Datennachnutzung, aber auch die Datenbereitstellung vereinfachen. Und darauf möchte ich auch aufmerksam machen, ETA-Lab, die eben für dieses Portal verantwortlich sind, die betreiben ganz zentrale Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Open-Data. So veröffentlichen sie zum Beispiel jeden Monat Artikel zu interessanten Datensätzen, auch interessanten Datennachnutzungen, um eben auch Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen und auch die gute Arbeit der Behörden darzustellen und Sichtbarkeit für ihre Arbeit im Bereich Open-Data zu schaffen. Auch hier einmal die Übersicht der Daten, die auf diesem Portal veröffentlicht sind nach Datenarten. Sie sehen hier, Frankreich veröffentlicht viele Tabellenformate, Geoformate und Textformate, aber nur wenig Bildformate. Und auch wenn wir uns die Textformate mal genauer anschauen, dann bestehen die hauptsächlich aus Maschinenlesbarten JSON-Dateien, also Maschinenlesbar. Ja, zum Datenportal in Großbritannien. Großbritannien hatte als eines der ersten EU-Mitgliedstaaten, also vor Brexit, ein nationales Datenportal eingeführt, nämlich schon in 2010. Und dort können Regierungen, lokale Behörden, aber auch kommunale Unternehmen ihre Daten bereitstellen. Und ganz interessant hier ist, dass wir nicht nur Metadaten von nicht öffentlichen Datensätzen finden, von öffentlichen Datensätzen finden, sondern auch von nicht öffentlichen Datensätzen. Also eine Art Katalogfunktion. Wir finden eben auch, was in den Beständen da liegt, aber noch nicht offen ist. Auch hier einmal die Übersicht nach Datenarten, der Datensätze, die auf Data.gov.uk veröffentlicht sind. Hier mit 52% ist die Mehrheit der Daten in Tabellen und Geoformaten. Wir haben auch hier nur wenig Bildformate und auch hier nur wenig Textformate. Wobei man hier auch sagen muss, mit 49% sind davon viele proprietären PDF-Formaten. Schauen wir uns jetzt einmal das Ganze noch mal im Ländervergleich an. Dann sehen wir, Deutschland hat schon viele Daten veröffentlicht. Aber wir sehen gleichzeitig auch, mit 19% sind es eben viele Bilddaten, die für Entwicklerinnen und Entwickler nicht so einfach nachnutzbar sind oder nicht so einfach genutzt werden können. Für Bürgerinnen und Bürger ist das natürlich immer ganz schön, Bilder, plastische Bilder zu haben, aber für Entwicklerinnen und Entwickler eben nicht so zielführend. Zudem sehen wir, dass auf GovData 23 Anwendungen veröffentlicht sind, die auf offenen Daten basieren. Da sind andere Länder weiter als wir. Hier einmal Frankreich mit 3600 Anwendungen, die dort veröffentlicht wurden und damit eben auch noch mal Sichtbarkeit für das Thema offene Daten schaffen und vor allem auch das Potenzial offener Daten zeigen. Nun einmal zu den Erfolgsfaktoren, die wir aus unserer Analyse abgeleitet haben. Wir sehen, dass erfolgreiche Länder offene Verwaltungsdaten zunächst einmal hoch in der politischen Agenda verankert haben. Das sehen wir insbesondere bei Frankreich, wo der Premierminister sich dafür ausgesprochen hat. Auch in Großbritannien war das der Fall und damit einfach auch den politischen Rückhalt für Open-Data-Akteure gibt. Zudem sehen wir, es ist ganz zentral, dass die Daten in einer hohen Metadatenqualität und Datenqualität vorliegen, damit die Daten tatsächlich auch genutzt werden können. Zudem ist es ganz zentral, dass auch die Nachfrageseite in den Blick genommen wird und dass man eben erfragt, was sind denn die Bedarfe von Nutzerinnen und Nutzer und dann zielgeführt diese Daten auch veröffentlicht. Zudem sehen wir in erfolgreichen Ländern auch, dass die Zivilgesellschaft ganz eng eingebunden wird, sowohl in die Datensammlungen, in die Datenaufbereitung, aber auch in die Datennachnutzung. Wir sehen das beispielsweise in Frankreich. Dort hat zum Beispiel ein Projekt stattgefunden, wo eine Crowdsourcing-Plattform entwickelt wurde auf Basis eines Entwicklers im Rahmen eines Hackathons und im Laufe wurde dann diese Crowdsourcing-Plattform veröffentlicht und Bürgerinnen und Bürger konnten eben über diese Crowdsourcing-Plattform Dachflächen klassifizieren. Einmal nach Himmelsrichtung und einmal nach Dachform und innerhalb von drei Wochen konnten 100.000 Dachflächen klassifiziert werden und somit mit wenig Ressourcen und personellen Aufwand der Behörden ein Solarpotentialkataster entwickelt werden. Was wir auch als zentralen Faktor sehen, ist die Bereitstellung von Kursen und Schulungsmaterialien, um eben den Umgang mit offenen Daten in den Behörden auszubauen und für das Thema eben zu sensibilisieren. Insgesamt zeigt unsere Studie, dass Deutschland eben schon viele Daten veröffentlicht, aber eben noch nicht genug in Wirkung bringen kann. Das kann zum einen daran liegen, dass wir eben noch viele Bilddaten haben und eben Daten in proprietären Formaten veröffentlichen, die eben nur schwer nachnutzbar sind. Zudem haben wir in unseren Expertengesprächen erfahren, dass Behörden sich oft ausschließlich als Datenanbieter sehen und nicht auch als Datennutzende. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Potenziale offener Daten für die Behörden selbst auch zu kommunizieren und entsprechende Anreize zu schaffen. Zudem ist es so, mit Open Data und den Open Data-Portalen kann jetzt ein jeder rund um die Uhr seine Daten von den Portalen runterziehen und für jegliche Zwecke verwenden. Und somit hat die Behörde eben keinen Einblick mehr, wer benutzt denn unsere Daten, zu welchem Zweck werden die benutzt, was sind denn eigentlich die Bedarfe der Datennutzenden. Und umso wichtiger ist es, dass wir den regelmäßigen Austausch suchen mit den Datennutzenden, wie hier auf der Foskis, wo Behörden und auch Datennutzende zusammenkommen, um zu besprechen, was sind denn Bedarfe, was für Datensätze werden gebraucht, in welchen Formaten. Da ist der Austausch ganz zentral. Und eben auch mit Wirtschaftsverbänden sich auszutauschen, denn die haben nochmal einen Blick auf die breitere Datennachfrage. Und was eben auch wichtig ist, oder auch eine zentrale Schlussfolgerung, ist, dass wir Use Cases noch bekannter machen, also Anwendungsbeispiele, die auf offenen Daten basieren und damit einfach das Potenzial offener Daten noch zentraler zeigen und auch von Erfolgsgeschichten berichten und damit Datenbereitstellende eine Bühne geben für ihre Arbeit im Bereich der offenen Daten. Ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Vortrag. Auch hier sind wieder viele Fragen eingegangen, also da scheint auch ein Nerv getroffen zu sein. Es gibt unterschiedliche Blöcke von Fragen, deshalb fange ich mal mit dem ersten Block an. Da geht es so ein bisschen um die Auswahl der Länder für die Studie. Da sind ja hauptsächlich westeuropäische Länder, die Schweiz ist nicht dabei, Amerika ist nicht dabei, einige sind nicht dabei. Wie kam es zu der Auswahl? Also wir haben, Frankreich hatte ich ja eingeführt, war ganz oben an der Spitze, deswegen Frankreich hier im Vergleich. Dänemark war auch vor oder ist vor uns. Und die haben wir gewählt, weil sie einfach weiter sind als wir. Großbritannien war für uns auch interessant zu sehen, weil Großbritannien war oder ist ein Open Data Pionier. Und wir wollten auch sehen, wie hat sich das vielleicht im Zeitverlauf entwickelt. Und dabei haben wir ja gesehen, die politische Priorität hat dort abgenommen. Und wir sehen eben auch, dass Großbritannien inzwischen nicht mehr so gut da abschneidet, was den Open Data Reifegrad anbelangt. Und warum habt ihr nicht weiter darüber hinaus geblickt und zum Beispiel Daten aus der Schweiz noch dazu gefügt? Also wir haben trotzdem andere Länder in den Blick genommen, so ist es nicht. Wir haben weitere Expertengespräche geführt mit anderen Ländern. Da war auch die Schweiz dabei und die sind auch in die Schlussfolgerung eingeflossen. Okay, danke. Das war der erste Block. Der zweite ist unter anderem unterschiedliche Reifegrade in den Bundesländern. Wie werden die betrachtet? Sollte man die nicht mehr betrachten? Und sind die nicht teilweise durch den Föderalismus sehr unterschiedlich? Ja, das ist tatsächlich der Fall. Wir haben letztes Jahr auf der Foskis schon eine vorherige Studie vorgestellt. Da haben wir uns die Katasterdaten spezieller angeschaut. Und da fällt auf, das ist von Bundesland zu Bundesland doch recht unterschiedlich. Und natürlich haben die Bundesländer auch eine unterschiedliche Auffassung. Was ist denn Open Data? Also zählt ein PDF-Format dazu, das bereitgestellt wurde. Manche Länder zählen das natürlich als Datensätze mit. Andere wiederum nicht. Und eine klare Definition, was bedeutet offene Daten, das haben wir so noch nicht. Okay. Welche Aufgaben soll das WIC bei der Förderung offener Verwaltungsdaten übernehmen? Also wir sind ein Forschungsinstitut. Wir machen Forschung in dem Bereich. Unter anderem, wir machen noch vieles mehr. Und das war jetzt mal so eine erste Studie, um so einen Einblick zu bekommen. Aber wir nehmen da auch gerne Vorschläge auf, was wir vielleicht in den kommenden Jahren, was sich lohnt noch zu untersuchen, da gerne sich einmal melden, was da vielleicht auch noch interessant wäre, auch für die Community hier vor Ort. Okay, High-Value-Datasets, inwieweit? Findet das schon Berücksichtigung? Findet die High-Value-Datasets-Verordnung schon eine Berücksichtigung bei euch? Habt ihr das im Blick? Ja. Also die Länder bereiten sich ja gerade darauf vor. Und auch bei GovData sieht man da Entwicklungen, dass man sich darauf vorbereitet, die High-Value-Datasets entsprechend auszuzeichnen. Das haben wir aber konkret in der Studie jetzt nicht nochmal separat betrachtet. Aber wir sehen schon, auch in Deutschland, dass sich die Länder darauf vorbereiten und auch GovData auch so ein FAQ mittlerweile veröffentlicht hat. Was sind denn hochwertige Datensätze? Was müssen die Kommunen tatsächlich dafür tun? Und das findet sich inzwischen auch auf GovData. Okay, vielen Dank. Ich schaue mal hier in den Saal. Gibt es aus dem Saal, im Saal noch Fragen? Ja, da gibt es mindestens eine. Sie sagten, dass die Datenbereitstellung nachfrageorientiert ist. Also wer fragt dann nach bestimmten Daten nach? Wie macht man das? Mich hat noch nie jemand gefragt, welche Daten ich haben möchte. Und ich hätte da schon ein paar Wünsche. Aber letztendlich ist mir das Verfahren nicht klar, wie diese Nachfrage entsteht. Ja, das ist schade. Also in anderen Ländern ist es nämlich tatsächlich so, dass wir auf den Datenportalen zum Beispiel eine Schaltfläche finden. Und da kann man fragen, könnt ihr nicht mal den und den Datensatz veröffentlichen? Und da so ein Formular hinterlegt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es das auf GovData gibt. Ich meine nicht, aber schauen Sie da gerne nochmal nach. Aber das wäre natürlich schön, wenn man da sagen könnte, welche Datensätze. Natürlich ist es aber auch schwierig. Jeder findet da einen anderen Datensatz interessant. Deswegen ist es eben auch so wichtig, gerade so mit Wirtschaftsverbänden auch zu sprechen, um auch eine breitere Datennachfrage zu erfassen. Okay, da ist noch eine weitere Frage. Das ist mehr ein Hinweis. Im Geoportal von der GDI.de gibt es einen Bedarfsmelder, wo man das melden kann. Also man kann da suchen nach Geodaten. Und wenn man findet, dass da weitere Datensätze eigentlich reingehören, kann man da ein Formular ausfüllen und dann müssen die sich darum kümmern. Okay. Ja, danke für den Hinweis. Aber das betrifft dann nur die Geodaten. Ja. Gut, noch weitere Fragen hier aus dem Saal. Das scheint nicht der Fall zu sein. Bevor es in die Pause geht, möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, Marine Happ herzlich zu danken. Dein Applaus. Dankeschön. 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 Dankeschön.